einen wunderschönen guten vormittag hallo tom halli hallo guten vormittag auch von mir hallo herzlich willkommen aus markt 10 round up also wir sprechen heute über frapport ich finde sehr spannend tatsächlich ich hätte es tom auch schon am anfang gesagt ich hatte frapport tatsächlich mal etwas stärker im fokus auch noch vor der corona zeit da war das ganze mal mit noch mehr fantasie noch mehr ideen und wachstum verbunden als es vielleicht jetzt gerade der fall ist nichts ist trotz liest man in letzter zeit immer wieder öfter bald kommt der turn around das sind die ideen so geht es weiter frapport dass du bisher aber noch nicht im depot gehabt oder in irgendeiner form nee tatsächlich nicht im depot und wir hatten ja auch so ein bisschen über generell flugverkehr gesprochen fluglinien oder flugfluglinien betreiber am ende und dass ich tatsächlich noch gar nichts davon im portfolio habe und dass das auch so ein bisschen ein investment bereich ist der bei mir noch so ein bisschen ja was noch nicht den richtigen ankerpunkt gefunden ich habe auch muss ich sagen kein frapport oder irgendeinen flughafenbetreiber aktuell im depot ich habe auch keinen flugzeugbauer im depot wir haben ja auch über das thema airbus und boeing ja schon öfter gesprochen sind mir einfach beide aktuell ein bisschen zu kapitalintensiv und haben auch ihre probleme produktion hochzufahren was ja genau daran hängt jetzt sind wir bei frapport auch kapitalintensiv muss man sagen es geht um das thema flughafen wie man flughafen betreiben kann und wie kapitalintensiv sowas sein kann sehen wir gleich das ist natürlich mit viel konstruktion wartung und intensiven cashflow der da reinfließt verbunden hohe hohe sicherheitsstandards wir haben es ja im flugverkehr generell haben wir sehr sehr hohe sicherheitsstandards aber wenn man dann noch mal an die flughäfen tatsächlich denkt dann haben wir da natürlich noch mal ja andere sicherheitsstandards oder ja ganz verschiedene sicherheitsstandards die da natürlich auch eingehalten werden müssen also man kann sagen es ist kapitalintensiv und wenn man drauf schaut auf den chart dann sieht man zumindest ja das ist schon mal besser aussagt kann man so zusammenfassend sagen wir sehen hier diese zeit die ich mir angesprochen hatte als es ein bisschen mehr euphorie gab wachstum neue flughäfen sind dazu gekommen man hat immer mehr und mehr investitionen getätigt sich breiter aufgestellt also es gab eine beflügelung in dem rahmen dass man gesagt hat hier wird man deutlich breiter und größer ziemlich kurzfristig nach diesen momenten muss man sagen kam natürlich die pandemie und die hat die flughafen betreiber das wissen wir die airlines die bauer vielleicht nicht ganz so stark aber generell den gesamten tourismussektor doch sehr stark getroffen und ja wie sie haben gesehen quasi dass sich das ganze schon wieder erholt hat aber man hat noch seither noch nie das niveau der vor pandemie erreicht und die sehen später auch in den ganzen quartalszahlen dass davon immer wieder gesprochen wird und wir waren beide kann man sagen ein bisschen erstaunt darüber dass man immer noch diese vergleiche zieht aber es liegt halt genau daran dass man es auch wirklich vom flugbetrieb quasi nicht geschafft hat diese passagierzahlen von der vor pandemie wieder zu erreichen und umsatz ist man zwar drüber gekommen also man die preise scheinbar schön erhöhen können aber grundsätzlich ist es haben wir nicht mehr die noch immer nicht die gleiche passagierzahlen erreichen können und wir haben immer wieder den versuch hier gehabt nach oben auszubrechen deswegen haben wir hier mal diese zusammenlaufenden kanäle quasi gezeigt diesen wedgie der sich hier deutlich ausbildet vor allem auf der großen zeitachse und der zeigt dass ja hier sich doch bald schon mal so ein ausbruch eigentlich zumindest andeutet das heißt hier wird in diesem bereich wahrscheinlich was passieren und wir sind aktuell in einem sehr konsolidierten kursumfeld zwischen 44 und 54 wo sich der kurs jetzt seit fast ein zwei jahren immer nach oben und unten pendelt und hier durchaus doch potenzial in verschiedene richtungen besteht und wir wollen heute versuchen auszumachen ja eher positiv oder eher negativ zumindest aus der aktuellen fundamentalen sicht und bevor wir das aber machen dann lass uns doch mal einen blick auf die industrie generell werfen denn ja flugverkehr ist ja eigentlich ein wachstumsmarkt genau flugverkehr ist ein wachstumsmarkt und besonders auch wenn man sich überlegt dass ja tatsächlich fraport oder die flughafenbetreiber ja generell nicht nur in dem flughafendienst aktiv sind sondern tatsächlich eine breite palette an dienstleistungen rund um flughäfen anbieten dazu gehört passagierabfertigung gepäckabfertigung bodenabfertigung das heißt die abfertigung der flugzeuge aber auch sicherheit und infrastrukturlösungen haben wir auf der anderen seite natürlich auch die einzelhandels und catering lösungen die wir in den flughäfen alle kennen und lieben und tatsächlich haben wir da einen wachstumsmarkt ich habe mich selber tatsächlich gewundert von 17 prozent der erwartet wird von presidential research in den nächsten jahren wir sehen hier einen relativ kleinen markt von 117 milliarden us-dollar im jahr 2023 sehen aber mit dem wachstum mit dem durchschnittlichen wachstum von 17 prozent dass da besonders in den nächsten jahren noch einiges an wachstum uns bevorstehen sollte oder ein 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 starkes wachstum quasi für die nächsten kommenden jahre erwartet wird also der flughafen der zukunft da geht es nicht nur darum quasi zu fliegen sondern hat auch alles drumherum also catering schlafen übernachtung wie gesagt der retail bereich ist auch relativ signifikant und das ist noch sehr diversifiziert in den verschiedenen regionen also während man teilweise glaube ich schon sagen kann wir kennen das ja schon also im flughafen kann man durchaus auch zeit verbringen man kann essen trinken schlafen dort ist es glaube ich in den ich sag jetzt mal weiterentwickelten ländern also den industrieländern eher noch ein standard als wenn wir jetzt so ein bisschen auf ja nochmal die die schwellen oder entwicklungsländer blicken und das ist so ein bisschen das was aktuell die grafik hier zeigt ja ganz genau wir sehen das hier wir sehen die verteilung der der airport services der airport services markets im jahr 2022 sehen hier natürlich auf der rechten seite den nordamerikanischen europäischen und asiatischen markt sehr groß dabei wo natürlich sehr bevölkerungsstarke regionen natürlich auch besonders im asiatisch-pazifischen raum dabei sind wir sehen aber auch tatsächlich lateinamerika und der mittlere osten und afrika tatsächlich sehr kleine regionen die natürlich jetzt in der zukunft von denen ein ein stärkeres wachstum erwartet wird dadurch dass man da natürlich auch noch viel potenzialer zu bauen das zeigt auch ganz schön diese grafik hier denn wir sehen eigentlich hier wie sich so die anzahl der flug flüge der trips also der flüge die man pro jahr tätig pro kopf quasi in den nächsten jahren steigen sollen wir sehen ganz grundsätzlich obwohl ja scheinbar der flugmarkt immer ein bisschen kritisch gesehen wird wir haben das thema klimawandel wir haben das thema soll man wirklich noch reisen wir aber eigentlich in allen regionen überhaupt immer noch wachsen das sieht man jetzt hier von 2019 bis 2042 wir sehen es aber halt insbesondere in den schwellen und entwicklungsländer regionen dass wir halt ein deutliches wachstum an trips quasi verzeichnen in den nächsten jahrzehnten muss man hier aber sagen also da ist schon relativ viel und langer entwicklungszeitraum der hier drin steckt ja und wir sehen natürlich hier auch ganz schön auf der linken seite trips per capita das heißt die die flüge tatsächlich pro person die getätigt werden und unten sehen wir tatsächlich das bip pro einwohner in us dollar und sehen da natürlich auch dass wir auf den auf der rechten seite mit den united states deutschland und europäischen regionen natürlich in einkommens stärkeren regionen sind die natürlich auch ein langsameres wachstum verzeichnen man sieht aber trotzdem dass das ein trend ist der 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 flugtrend wie du das gerade schon gesagt hast der auch in den nächsten jahren nicht abzureißen scheint sondern eher auch in den etablierten märkten wir trotzdem immer noch ein wachstum natürlich ein langsameres wachstum dafür auf sehr hohem niveau sehen werden aber trotzdem die die trips die durchschnittlichen reisen die angetreten werden pro person weiter steigen sollen man sieht eigentlich umso mehr vermögen da umso mehr reisen deutschland fällt da so ein bisschen raus es liegt etwas unter der europäischen union usa traditionell immer ein land der vielflieger tom bist du schon über deinen 1,37 trips oder wird es vielleicht im jahr 2024 sage ich mal 1,6 trips drüber dieses jahr ja bin ich schon drüber das ist ja ist das jetzt der trip ja ich glaube ich schon ich bin schon drüber ich habe schon zwei reisen gemacht dieses jahr bin schon drüber also du beschleunigst jetzt zumindest das wachstum weiter ich muss sagen ich bin aber auch schon drüber wir gucken mal weiter wie sieht es aus so in der langen sicht auch nach covid ja genau ich habe hier mal die grafik mitgebracht von frapport selber vor der unternehmenspräsentation die so ein bisschen zeigt dass natürlich die wachstumsraten die wir antizipieren für die nächsten jahre werden was ja auch eben gesehen mit dem mit dem kega von 17 prozent im jahr das sind natürlich alles erwartung tatsächlich hat aber auch die vergangenheit gezeigt wir sehen hier die entwicklung des des passagiervolumens am frankfurter flughafen also am haupt haupt geschäftssegment des unternehmens haben wir gesehen dass tatsächlich diese entwicklung ja teilweise auch unterbrochen werden kann teilweise stärker unterbrochen werden kann wir haben hier jetzt zuletzt die corona pandemie nach der wirklich tatsächlich alles auf stillstand war oder fast alles auf stillstand war was den flugverkehr angeht was natürlich auch so ein bisschen risiko risiken bürgen man weiß nicht was kommt in der zukunft was erwartet uns was für sicherheitsrisiken könnten noch auftreten was für ja globale probleme könnten auftreten die dieses wachstum tatsächlich ja einschnüren könnten in der zukunft genau was ja immer abgetragen ist es ja wie auch gerade eben in der grafik immer das gdp also das ep quasi in deutschland einmal abgetragen weil man sagt umso vermögender umso mehr geld ist da um auch zu reisen um viel zu fliegen das liegt nicht nur an quasi tourismus reisen sondern auch an geschäftsreisen weil halt einfach mehr geld ausgegeben wird für diese geschäftsreichen reisen wenn es den unternehmen besser geht sparpotenziale sind oftmals reisekosten das heißt wenn eingespart wird gehen auch meistens diese an diese anzahl der flüge oder der reisen zurück und man sieht halt ganz gut an der stelle das was ich am anfang angesprochen habe man ist immer noch nicht auf dem niveau quasi von vor der pandemie zurück und was wir auch ganz gut sehen können ja dass wir natürlich auch in deutschland und wir wissen es werden jetzt ungefähr sechs sechs jahren stagnation in deutschland auch was das bp wachstum quasi betrifft wir auch da einfach keinen treiber aktuell sehen dafür dass die passagierzahlen hier zumindest vielleicht weiter explodieren sollten ja und wie wir das ja jetzt gerade schon und vorhin ja auch schon einmal kurz angesprochen haben sehen wir hier dass das wachstums das wachstum der ja das das wachstum der der air traffic also das air traffic wachstum in europa und den vorkast also die erwartung für die nächsten jahre und sehen hier die erwartung sind tatsächlich für die nächsten jahre dass wir diesen wert von 2019 überschreiten werden des des luft luftraum 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 verkehrs will ich es mal nennen sehen aber auch dass wir 23 noch unter den 2019er niveaus waren das war ja das was du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hat es dass jetzt in den letzten jahr zwei drei jahren so ein bisschen über den turn around bei fraport und natürlich auch bei den flugzeughersteller oder der ganzen dem ganzen sektor gesprochen wird wir sehen aber hier tatsächlich hart auf hart sehen die europäischen zahlen so aus als würden wir 2024 dann das erste mal über den 19er niveaus die die 2019er niveaus überschreiten man muss natürlich auch sagen hier ist natürlich jetzt kein wachstum einge eingepreist sage ich mal das heißt wir sind hier einfach dann wieder auf den 2019 niveaus und haben dann ab 2019 quasi kein wachstum gesehen was man natürlich ja ein ein toter sektor dann so ein bisschen die letzten fünf jahre betrachten muss man sieht also rein über das passagierwachstum wird man wahrscheinlich zumindest in den etablierten ländern nicht genug wachstum erzeugen können deswegen hat man ein breiteres spektrum und dieses weitere spektrum sieht man einmal hier in so einer schönen grafik fraport angezeigt man sieht also natürlich man verlangt gebühren für den luftfahrt verkehr man verlangt ticket gebühren man verlangt verlangt gebühren wenn die flugzeuge landen parken gewartet werden und 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 man sieht aber natürlich dass es ganz breit ist und das kennt man glaube ich ganz gut davon dass man auch so wenn man zum flughafen kommt an jeder ecke eigentlich geld abdrücken kann für alles parken ja für die werbung für die hotels die dort sind für die immobilien ja für die konzession das generell zu betreiben dann gibt es immer wieder premium angebote du kannst hier die schnelle fast line nutzen du kannst hier was machen überall kann man quasi für geld bezahlen und das ist auch genau die strategie dass man halt wirklich bereit ein leistungsspektrum bietet und an vielen stellen einmal abkassieren kann ja ganz genau einfach die flugreise so komfortabel wie möglich machen und natürlich so teuer wie möglich so komfortabel und so teuer wie möglich machen und wir sehen hier auf der rechten seite tatsächlich noch das internationale flughafen management und consulting geschäft das heißt das unternehmen hat ja wir sehen es jetzt auch gleich auf der nächsten folie schon in den letzten jahren sehr viel international expandiert was natürlich auch so ein bisschen so ein twist war man hat sehr lange im europäischen raum und vor allem im deutschen raum jetzt sehen wir das hier noch mal war sehr aktiv im deutschen raum wir haben dann aber auch tatsächlich 2000 ja um die 2000er wende so ein bisschen die den den switch gesehen man hat angefangen sich zu beteiligen an anderen flughäfen man hat auch angefangen andere flughäfen oder internationale flughäfen aufzubauen zu errichten zu betreiben und wir sehen hier wir haben das wir haben das ja auch eben schon im kurs einmal gesehen den 2017er die euphorie 2017 und die hängt natürlich auch damit zusammen dass man man sieht es jetzt hier oben rechts ganz schön 2017 noch einmal eine große expansion gestartet hat in fortaleza porto alegre das heißt in südamerika aber auch wir sehen das gleich noch mal auf der grafik oder auf der übersicht wo man tatsächlich überall beteiligt ist die griechischen regionalen flughäfen an denen man sich beteiligt hat ja was so ein bisschen dann so die 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 investment euphorie so ein bisschen erhöht hat vielleicht muss man an der stelle einmal sagen also fraport ag ist natürlich schon was im namen steckt prinzipiell als primäre gruppe der flughafenbetreiber frankfurts also der große flughafen in deutschland der größte immer noch ist quasi einmal betrieben von fraport dort hat man auch durchaus eigentum an diesem diesen flughafen an anderen flughäfen ist man dann teilweise mit beteiligt man betreibt sie und man hat verschiedene aufgaben in den bereichen das ist hier so einmal in verschiedenen farben dargestellt also oben so primäre flughäfen an dem man aktiv ist dann gibt es kleinere varianten oder auch flughäfen die man quasi nur als management irgendwie begleitet oder betreibt und was hier dann halt wichtig ist dass man immer wieder wechselt in welchen flughäfen und sonst noch aktiv ist und das ist ja eigentlich sehr schön abgebildet denn man sieht es ein zum einen gab es die großen expansionstrang 2017 zum anderen sieht man aber auch das hat viele sachen die in deutschland oder in anderen regionen quasi aktiv waren vernachlässigt wurden und damit merkt man im kern und das sieht man hier sehr sehr schön ist dass alt fraport nicht nur der frankfurter flughafen ist sondern wirklich ein konglomerat aus vielen verschiedenen flughäfen weltweit teilweise größeren teilweise kleineren thomas gerade schon angesprochen man hat vor allem in griechenland sehr viele regionale flughäfen die man betreibt man hat aber in europa insbesondere auch größere flughäfen man hat beteiligungen auch in indien und man ist vor allem auch primär in lateinamerika mit großen flughäfen aktiv hier in den usa sieht man das hat man retail konzession also dort hat man auch die möglichkeit quasi den retail bereich abzudecken aber was man sieht ist frapport besteht nicht nur aus frankfurt sondern aus einem breiten netzwerk an flughäfen die man teilweise betreibt an dem man teilweise beteiligt ist und ja indem man eigentlich versucht auf einer breiten basis wirklich das geschäft aufzubauen und das sieht man am ende auch ja in der umsatzverteilung auf dieser grafik ja ganz genau wir sehen hier das internationale geschäft macht hier mit 43 prozent tatsächlich das größte segment des unternehmens aus hier auf der linken seite wir haben tatsächlich noch drei andere segmente wir haben das segment aviation hatten wir gerade schon darüber gesprochen das ist quasi der betrieb der land und luftseitigen infrastruktur dann aber tatsächlich nur am standort frankfurt da sieht man tatsächlich auch dass der standort frankfurt natürlich groß ist und auch im unternehmen selber eine sehr sehr wichtige rolle spielt hier haben wir den umsatzanteil von 18 28 prozent wir sehen aber auch im bereich ground handling wo es quasi um die bodenverkehrsdienstleistungen wie lade gepäck und passagierservices geht die natürlich auch einen großen anteil haben hier sehen wir auch wieder das geschäft in frankfurt das heißt wir zählen hier die 17 und 28 prozent zusammen und auch tatsächlich die 12 prozent retail und real estate geschäft zählt tatsächlich auch zu zum frankfurt geschäft dazu wir sehen hier die entwicklung und vermietung von flughafenflächen das heißt die bereitstellung von wirklich immobilien am flughafen rund um den flughafen wir hatten eben gerade auch schon über die möglichkeiten der geldausgabe im bereich der der immobilien und hotels gesprochen aber wir haben hier tatsächlich auch werbeflächen die vermietet werden verkauft werden die einfach einfach quasi die um den standort frankfurt sind sehen also tatsächlich der standort frankfurt macht mit ja am ende 57 prozent immer noch das hauptgeschäft des unternehmens auf wir sind hier natürlich stark segmentiert aber natürlich im vergleich zu den internationalen aktivitäten wir haben es ja gerade auf der grafik gesehen oder auf der weltkarte gesehen das ist tatsächlich sieht sehr viel aus ist aber am ende tatsächlich umsatztechnisch doch kleiner als das hauptgeschäft in frankfurt wir gehen mal auf den snapshot denn am ende ist sehr wichtig was die zahlen daten fakten sagen und man kann sagen fraport auf den ersten blick läuft nicht ganz so rund was zumindest den aktienkurs betrifft wurde früher auch eine dividende gezahlt die wurde mittlerweile auch eingestampft ist auch gleich ganz spannend weil man halt sehr sehr hohe ausgaben hat in der verwaltung und in der modernisierung der flughäfen das sieht man hier an dieser strecke sehr sehr schön was man aber finde ich sieht vor allem ist das fraport wirkt jetzt so groß große flughäfen viel betrieb viele beteiligungen weltweit global aufgestellt lange historie man hat aber eine marktkapitalisierung von lediglich 4 milliarden euro was natürlich sehr sehr gering ist und ja das so kommt auch ein kgv von 10 zustande jetzt muss man sich fragen woran liegt das zum einen haben wir sehr zyklisches geschäft wir sind aktuell in keiner positiv in keinen positiven zyklus zum anderen hat man wieder hohe kapitalausgaben kommen wir gleich noch mal kurz darauf zu sprechen und wir haben auch ja nicht jetzt sagenhaftes wachstum in den letzten jahren eigentlich aus diesem pandemie aus diesem pandemie tief quasi herausgesehen das heißt wir haben viele kosten hohe kosten kapitalintensive kosten 18.000 mitarbeiter und der umsatz beträgt jetzt im quartal quasi 1,1 milliarden in dem jahr gesehen dann knapp 4 4,5 milliarden aber daraus halt nur 150 millionen gewinnen also nicht mehr eine milliarde gewinnen die quasi im jahr erwirtschaftet wird auch wenn das ganze wie gesagt schwankt wir gehen nochmal auf ein thema hierbei ein weil die frage ist natürlich wie geht es jetzt weiter was sind jetzt die fantasien wir haben gerade eben gesehen ja das wachstum in europa das ist irgendwie nicht ganz so stark es ist aber trotzdem ein großer bereich der hier getroffen wird wir haben einen breiten sektor an weiteren flughäfen in denen man sagt hier baut man das geschäft weiter aus hier investiert man weiter und man möchte quasi sagen ja wir investieren gerade viel und wenn diese investitionen durch sind dann erwirtschaften wir viel kapital dann geht es quasi auf einer breiten fläche bergauf dann kommt auch wieder vielleicht eine bessere konjunkturphase und 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 also man sagt viele faktoren sind eigentlich auf unserer seite was man dabei aber nicht vergessen darf und deswegen finde ich diese grafik ganz spannend die pandemie hat schon tiefe kerben hinterlassen auch in der bilanz von fraport tiefe kerben hinterlassen wir sehen jetzt hier die verschuldung die sich angehäuft hat quasi insbesondere auch in den letzten jahren die verschuldung hat sich fast verdoppelt in dieser zeit wir sind jetzt bei einem in einem gesamtverschuldung hier oder liabilities hier von zwölf milliarden und wenn man jetzt auf die jahre schaut dann sieht man auch wie diese milliarden quasi verteilt sind beziehungsweise wie in welchen tranchen wo sie zurückzuzahlen sind das sieht man hier oben also wir haben zehn milliarden verschuldung quasi allein schon in frankfurt wir haben verschuldungen in griechenland in lima also in lateinamerika haben wir auch verschuldungen das alles hängt halt damit zusammen dass man auch teilweise modernisiert und auf der anderen seite natürlich auch in dieser pandemie diesen betrieb irgendwie zumindest stabil halten musste einen positiven aspekt kann man sagen es gibt eine 3,2 prozent interest rate hier auf diese verschuldung was verhältnismäßig gering ist noch aktuell wir haben jetzt zwei die letzten leitzins senkungen gesehen aber grundsätzlich ist die verschuldung relativ gering verzinst aber und jetzt sagt man ja das war einmal und jetzt verbessern wir uns ja wieder also die schulden werden zurückgezahlt eine pandemie ist vorbei konjunktur geht bald wieder fährt bald wieder hoch das ding ist nur dass das halt aktuell nicht so ist sondern die verschuldung sich noch weiter erhöht und zwar auch in relativ großen voluminas erhöht jetzt sieht man das hier vom jahr 2023 zum juni 2024 also in einem halben jahr rund 400 millionen nochmal in verschuldung obendrauf bekommen und das ist schon ganz schön viel insbesondere wenn man sich halt die ausgaben ganz generell anguckt wo sie überall getätigt werden in frankfurt wird das neue große terminal gebaut wir haben große ausgaben in lima wir haben noch weitere ausgaben hier in griechenland und brasilien auch wenn sie nicht so signifikant sind und dem gegenüber steht halt ein operativer cashflow ja von so 360 millionen das heißt wir haben aktuell noch weiter hohe ausgaben man sagt zwar naja bald sind ja die modernisierungen abgeschlossen terminal 3 steht irgendwann wenn man sich aber so ein bisschen dem entsinnt wie ja häuser immobilien oder auch superlative Tom hat es auch angesprochen hohe sicherheitsstandards braucht man man braucht modernisierungen immer wieder es gibt immer wieder neuen ausbau also hier wird es nie den punkt geben an dem etwas abgeschlossen ist und dementsprechend werden natürlich nicht die gesamten investitionskosten hier wegfallen vielleicht ein größerer teil und es wird auch eine zeit geben in der man halt mehr cashflow erzeugen kann aber ganz grundsätzlich muss man aber sagen dass allein darüber dass man diese modernisierung jetzt abschließt es nicht dazu führen wird dass wir jetzt plötzlich in cash schwimmen da muss schon mehr kommen und da muss vor allem diese erholung ja ja und vor allem wie du es ja gesagt hast das ist ja wirklich ein trend gewesen den wir jetzt auch in den letzten 1 2 jahren gesehen haben in denen der free cashflow immer negativ war man hat operativ seine investitionen nicht stemmen können wir haben das ja gerade gesehen die kapitalausgaben und dann aber auch am ende die ausgaben oder die capex und dann aber auch die ausgaben die quasi für neue investitionen getätigt werden besonders ja im kauf von frankfurt und jetzt sehen wir hier nochmal quasi eine eine zusammenstellung der letzten geschäftsjahre mit dem mit den umsetzen hier in blau mit dem ebitda in grau und den den quasi den ergebnissen am ende der gruppe der fraport gruppe und sehen hier tatsächlich ja wie wir es ganz am anfang ja schon so ein bisschen angesprochen haben wir sind umsatztechnisch auf jeden fall über den 2019er niveaus wir sehen auch dass sich nach 2017 oder mit der mit der mit dem einstieg oder den investitionen nach 2017 in besonders im griechischen raum auf jeden fall umsatz technisch da einiges nach oben entwickelt hat wir sehen aber auch dass die corona pandemie dann deutliches deutliches ja einen deutlichen cut eingerissen hat und wir besonders auf dem ebitda niveau und auch auf den ergebnis niveaus unter den ja vor corona niveaus sind und das sind tatsächlich ja wenn wir jetzt überlegen wir sind jetzt 2024 2019 war so ist so das vergleichsjahr mit dem der flugsektor sich immer so ein bisschen vergleich man muss natürlich da auch ehrlicherweise sagen das ist jetzt knapp fünf jahre her und wir sehen hier natürlich eine positive entwicklung man muss natürlich auch sagen okay dieses geschäftsjahr jetzt wir haben es gerade im snapshot gesehen zeigt auf jeden fall wieder den positiven trend mit einem umsatzwachstum und auch einem gewinnwachstum und auch einer margenausweitung man muss sich aber natürlich fragen okay schafft es das unternehmen jetzt dieses jahr wirklich auf der gewinnseite auch diese 2019er niveaus zu übertreffen um das tatsächlich am ende auch kurstechnisch wieder fantasien aufleben zu lassen genau man kann gut sagen ich glaube man hat sich so ein bisschen zu breit aufgestellt das ist aktuell mein gefühl dazu es gibt natürlich verschiedene meinungen das ist jetzt meine persönliche dazu ist dass da natürlich einiges an weiteren kosten auch künftig auf das unternehmen zukommen wird wir haben eine günstige bewertung aktuell scheinen die aktionäre und die börsen teilweise auch immer noch nicht so wirklich überzeugt von der strategie weil wir halt auf breiter front gegenwind haben wir wissen es der flugsektor ist generell ein marktsegment was sich relativ schwierig gestaltet weil es halt hohe sicherheitsstandards bedarf viel technik investments bedarf hohe infrastrukturkosten dort entstehen man stellt sich also schon breiter auf man setzt auf retail geschäft und und das kann eine strategie sein für mich persönlich muss man sagen fände ich es glaube ich ein bisschen besser wenn man mehr fokuspunkte setzen würde und vielleicht nicht 17 regionale flughäfen in griechenland betreiben würde man müsste dann am ende noch mal tiefer reingucken und sich jetzt wirklich angucken welche bereiche ja sind vielleicht profitabler welche flughäfenbereich sind profitabler es ist profitabler einen kleinen flughafen zu haben der mit möglichst wenig kosten betreibt das muss man sagen das sind meistens aber varianten die nicht gut funktioniert haben wenn wir an flughafen hahn oder ähnliche varianten denken das sind meistens nicht zu gut laufende flughäfen gewesen also besser ist es meistens diese größeren opulenten freizeiteinrichtungen als flughafen vielleicht schon zu haben wäre eventuell eine strategie wir haben das ganze ja noch mal zusammengefasst in der pro kontra folie gleich wenn man hier sagt auf den chart guckt hier könnte trotzdem einiges passieren vielleicht auch mit den nächsten quartalszahlen die hier erscheinen die dann auch mal einen fokuspunkt für die zukunft wirklich setzen wollen die letzten waren nicht besonders spannend die prognosen sind fast die gleichen die präferenzen des unternehmens sind immer noch gleich gesetzt es geht immer noch um viel ausbau viel investitionen hohe kosten hohe schulden also zumindest keine cash cow auf lange sicht wenn man sich zumindest breit das ganze anschaut wenn man sich vielleicht lokal den flughafen frankfurt anschaut dann hat man immer den vorteil dass man weiß dort wird sich um flugkonzessionen des flughafens oder flugslots ja auch gestritten also da muss man nicht angst haben glaube ich dass der verkehr der flugverkehr langfristig einbricht aber grundsätzlich sprechen natürlich viele hohe kosten dagegen Tom was sagst du ja ganz genau ich bin natürlich jetzt gespannt auf heute nachmittag wenn wir uns dann ein bisschen tatsächlich den sektor mal so ein bisschen angucken und so ein bisschen schauen okay wir haben uns jetzt andere besser machen es andere besser wir haben natürlich fraport hier als als deutsches steckenpferd als flughafenbetreiber aber tatsächlich haben wir ja nicht nur in deutschland flughäfen wie wir gesehen haben und dieses geschäftsmodell des flughafenbetreibers am ende scheint zu funktionieren scheint tatsächlich auch besser zu funktionieren als bei fraport bei einigen unternehmen scheint vielleicht auch schlechter zu funktionieren als bei fraport aber ich glaube der vergleich ist da nochmal ganz interessant weil natürlich dieser 2019 2024 vergleich ja immer wieder von dem ganzen sektor herangezogen wird es aber tatsächlich auch unternehmen gibt die es geschafft haben auch aus diesen 2019er niveaus schon auszubrechen genau also heute nachmittag nochmal der größere vergleich im sektor spannende titel wir können schon vorweg sagen es gibt durchaus flughafenbetreiber die es besser machen zumindest rein in den finanziellen zahlen wo es denn hingeht gucken wir es heute nachmittag an nächste woche dann wieder market roundup und nächste woche natürlich dann auch wieder ein blick auf einen weiteren bereich in dem falle toyota motors wir bleiben also kapitalintensiv wir verabschieden uns und übergeben wieder vielen dank bis dahin bis dann tschüss tschüss bis dahin bis dann tschüss bis dann 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020